Bei 18.00 Uhr, in einem Zeitpunkt von 87.08 Sekunden. Das mit den zwei Dritteln vom Bild, das funktioniert gar nicht, weil du nie einschätzen kannst, wie hoch das Pferd überhaupt springt und dann kriegst du es nicht mehr drauf, rechtzeitig. Ist es noch da? Für mich von 18.000 Uhr Fernsehen, hier ist eine Zelle von 19.000 Uhr. Die Nachbarrensung war in Wachstund. Die Nachbarrensung war in Wachstund. Wir sind jetzt auf die Zwischenweinigung. dass sie ein Wachstund im Wachstund.